Hallo, heute checken wir mal ein Erlebnisbad ab. Vielleicht ist das schön, vielleicht nicht, wir werden es sehen. Wir werden es heute für euch in die Fluten schmeißen. Wir checken die Sache mal ab, also guckt genau hin, was passiert. So, sind wir hier im Spaßbad. Können wir mal checken, sehen wir, wie es geht, oder? Hier ist es kühl, es ist okay, es ist ganz schön warm, die Leute sind auch okay, so weit, alles gut. Jetzt gehen wir mal hier auf die Rutsche, mal gucken, wie das so ist. Man, ich bin schon ganz gespannt, ich bin ganz schön hoch, du. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das traue, du, ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht alleine, ich kann mir ja einmal einer die Hand holen, Dennis. Verrückt, ja. So, jetzt gehen wir mal rutschen. Junge 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, ich werde mal raufgucken. Mal raus hier ist Winter. Wir gehen mal raus. Wir werden mal ein bisschen rumhopsen. Wir werden mal ein paar Sprünger. Ein bisschen was springen hier. Für alle Leute da draußen. Komm. Wir gehen ins Spring. Komm. Wir gehen ins Spring. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020